So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und gleich kommt Wrestling Raw After Mania. Jetzt muss ich hier sitzen und noch fix diese News raushauen, weil ich gerade gesehen habe, es gibt eine Neuigkeit. Gleichzeitig ist mein Kopfhörer jetzt kaputt gegangen, wenn ich den aufsetze. Hängt der Sitz hier einfach so weg und sieht aus wie behindert. Also, das ist gerade irgendwas in Rage abgebrochen. Ich versuche den jetzt mal hier festzuhalten mit einer Seite und ja, muss mir gleich einen neuen bestellen. Hüpft in den Frühling mit Pokémon GO. Ein Frühlingsevent steht ja an und zwar genau dann am Dienstag, wenn Voltolos in der Tiergeistform uns wieder verlässt und Kabutoro in die Raids kommt, startet auch ein neues Event, das Frühlingsevent. Und wie immer passend zum Frühling gibt es natürlich wieder Blumenkränze. Das ist das, worauf sich die Leute immer das ganze Jahr über freuen. Aber dieses Bild müsste ja jetzt hier dem, jetzt weiß ich gar nicht wem, dem Leon, einen von den vielen, sucht es euch aus, total begeistern hier, dass da überall Togepi, Togekiss, Togepi, Togetik und Togekiss, das Schlappohr, denkt ihr euch mal weg, Hüpft in den Frühling mit Pokémon GO. Von Dienstag, dem 12. April, 10 Uhr bis Montag, den 18. April, 20 Uhr. Ein neues Event. Pokémon Debuts. Die waren noch nie mit Kostüm da, passt auf, neue kostümierte Pokémon erscheinen während des Events, Togetik mit Blumenkranz. Es war zwar bisher möglich, Togepi mit Blumenkranz zu bekommen, man konnte es aber nicht entwickeln. Jetzt haben sich die Leute gesagt, so ein Mist, jetzt habe ich hier ein Hunder davon im Ding und kann es nicht entwickeln. Kann man jetzt also Togepi trotzdem mit Blumenkranz entwickeln? Wer also ein gutes hatte, das jetzt noch besser machen kann, indem er es weiterentwickelt, wäre auf jeden Fall ultra brutal. Ansonsten würde es wohl Togetik mit Blumenkranz in der Wildnis geben, als shiny auffindbar, so unentwickelbar zu Togekiss mit Blumenkranz, Schlappohr mit Blumenkranz auch wild oder zumindest entwickelbar, heißt noch nicht mal, dass das wild ist. Ich glaube, ihr könnt die einfach dann durchentwickeln. Also das heißt, wenn ihr richtig Pech habt, müsst ihr vielleicht sogar dreimal Togepi mit Blumenkranz brüten, um dann die Familie mit Blumenkranz voll zu haben. Aber egal, das sehen wir ja unten bei wilde Pokémon. Es ist jetzt also dann möglich, euer shiny Togepi mit Blumenkranz zumindest zu entwickeln, denke ich mal. Auch das legendäre Pokémon Kabutoro, der Schutzpatron von Ula Ula, gibt sein Debüt in Pokémon Go, wird jetzt wieder nicht so interessant sein. Ah, verdammt. Wird jetzt wieder nicht so interessant sein für die meisten Leute, weil die sagen, ist nicht ein shiny da, interessiert nicht, lässt man es wieder ruhig angehen. Hier ist übrigens so eine Rosette, da steht er halt durch Entwicklung und das steht bei Togekiss und Schlappohr. Also, da ja Haspiror wild ist, müsst ihr den nicht brüten, könnt ihr aber dann Schlappohr mit Blumenkranz entwickeln. Passt. Togetik wird also wild sein und kann dann zu Togekiss entwickelt werden. Kann man aber trotzdem jetzt auch Togepi mit Blumenkranz sein. All das, was man hat, entwickeln. Wäre ja eigentlich sinnvoll, ne? Event Boni, doppelte Schlüpfbonbons, doppelte Wirkungsdauer von Glückseiern, halbierte Schlüpfdistanz, mehr Team-Go-Rocket-Rüpel mit Krypto-Flummel und Krypto-Owei. Was hat Flummel denn damit zu tun? Owei, okay, gehe ich noch mit. Begrenzte Forschung, Ei-Meldung, Frühlingsüberraschung. Samstag, 16. April von 11 bis 14 Uhr. Also, schreibt es euch auf. Samstag der 16. Das ist dann schon in der ersten Woche, also wo Kabutoro da ist. Da kann man also am Samstag von 11 bis 16 Uhr wohl diesen Forschungstag machen. Besonderes Pokémon. Ihr erhaltet Aufgaben für die begrenzte Forschung, wenn ihr die Fotoscheiben von Pokestops dreht. Für den Abschluss dieser Forschungen begegnet ihr Owei. Sowas gab es ja schon mal. Geht wieder zu den Anfängen zurück. Man hat ja so einen Forschungstag mal gehabt, dass man an den Pokestops sich direkt die holen muss. Und musste sich Nächsten suchen und Nächsten. Und wer nur drei Pokestops hat, konnte nur drei Forschungen machen, war richtig blöd. Später haben sie dann gemacht, dass ihr, sagen wir mal, zehn Seiten Forschung hattet. Immer mit drei Aufgaben. Und ihr konntet die alle einfach in Ruhe abarbeiten. Und habt halt dann wieder die nächste Seite bekommen. Die nächste Seite, auch wenn ihr keine Stops in der Nähe hattet. Fand ich auf jeden Fall besser, weil das eben für jeden dann gleich viele Aufgaben sind. Wie viel man dann davon macht, hängt von einem selber ab. So habt ihr jetzt ja wieder Nachteil durch eure Umgebung, wenn ihr nicht so viele Pokestops habt. Da bekommen die hervorzugsweise also Shiny Owei. Wer das noch nicht hat, Alola Kokowai. Steht hier nochmal aufgelistet. Gab es bisher auch noch nicht, dass man Owei zu Alola Kokowai entwickeln konnte. Also für dieses Event geht das mit Spezialattage Drago Meteor. Macht das halt mal. Wenn ihr eins findet, macht es einfach. Denkt gar nicht drüber nach. Macht das einfach. Weitere Event-Boni hier. Doppelte Fang-EP. Laufende Event-Boni. Die werden auch mit eingerechnet. Die bleiben weiterhin. Wilde Pokémon während der Sache. Bisasam. Mirabla, Paras. Gibt wieder mega viel Staub. Knufensa, Tangela, Endibie, Sonnenkern, Gekabor, Samurzel. Alle davon können Shiny sein. Und alles natürlich hier sehr auf Pflanzen ausgelegt. Pflanzen oder halt Käfer. Bisschen. Go-Kampftag gibt es auch noch. Es ist schon wieder alles durcheinander. Wrestling fängt schon an. Ich glaube, ich drehe durch. Go-Kampftag. Einsteiger-Paradies. Sonntag, 17. April. Von 0 bis 23 Uhr. Die wollen uns also weismachen. Wir brauchen gar keine Raids für Zuschauer mit Caputoro machen. Weil an dem einen Tag ist Erforschungstag. Am Samstag und am Sonntag ist eh Go-Kampftag. Also. Da seid ihr ja gut ausgerüstet. Da müsst ihr ja gar keine Raids machen. Finde ich total super. Superliga und Minicab-EP aus der befristeten Forschung. Und ein Artikel für euren Avatar. Gab es je eine bessere Gelegenheit, die Go-Kampft-Liga auszuprobieren? Ähm. Ja, bestimmt. Die, die sowieso immer GBL spielen, für die wird das jetzt nichts Besonderes sein. Die freuen sich, dass sie mehr Kämpfe machen können. Der Rest, der es nicht gespielt hat, wird sich davon trotzdem jetzt nicht unbedingt anlocken lassen. Artikel für den Avatar. Ja. Sieht dann auch wieder jeder gleich aus. Weil jeder das Gleiche trägt. Also am 17., der Go-Kampftag mit Einsteigerparadies. Am 16., eben hier dieser Forschungstag, diese begrenzte Forschung, I-Meldung. Dann habt ihr noch eine Spezialforschung zur Insel Ula-Ula, abholbar vom 12. bis zum 1. Juni. In dieser Jahreszeit könnt ihr an verschiedenen Spezialforschungen arbeiten, um mehr über die Insel der Alola-Region zu lernen. Diese Spezialforschung könnt ihr bis zum Ende der Jahreszeit am 1. Juni abholen. Wenn ihr sie bis zum 1. Juni abschließt, schaltet ihr am Ende der Jahreszeit eine Bonus-Spezialforschung frei. Ich bin eh einer, der immer sagt, wenn ihr irgendwas habt oder seht, versucht das so schnell wie möglich abzuarbeiten. Selbst wenn manche Sachen auch nach Event-Ende immer noch machbar sind, habt ihr meistens dann die Spawns nicht mehr, die ihr vielleicht dafür braucht. Und es ist dann einfach deutlich schwieriger, irgendwas festzustellen, abzuschließen. Wilde Pokémon, wilde Pokémon. Die folgenden Pokémon erscheinen in der Wildnis. Jetzt machen die mich aber total wirre. Wieso steht hier und hier? Das ist extra, das ist extra jetzt für den Samstag. Und das ist extra für den Sonntag. Oder was? Und Eier sind für immer. Und Raids sind auch für immer. Hä? Das ist so ein Durcheinandergrad. Guckt euch diesen komischen Artikel auf jeden Fall selber nochmal an. Am 12. April fängt das Event an. Okay. Pokémon-Debüs. Okay. Ja. Event-Pony für die ganze Zeit. Okay. 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 Hier diese Forschung. Ihr müsst nach dem Kreis gucken. Begrenzte Forschung mit Owei. Und Rago-Medeor, entwickelbare Dings und wilde Pokémon dabei. Und dann ist der Sack zu. Also an diesem Samstag gibt es Bisa, Samira, Plap, Haras, Knopfenser, Tangela, Indivir, Sonnenkern, Gagabosser, Murzel. Um auch diese Forschungen für das Owei abzuschließen. Der Go-Kampf-Tag ist extra hier. Die Forschung ist extra. Und das müssten die sein, die während des kompletten Zeitraums immer da sind. Und unabhängig von Samstag, Sonnag oder anderen Sachen. Also diese Pokémon sind die, die in der Wildnis erscheinen. Pikachu mit Blumenkranz. Auch Blumenkranz, aber ist ja nicht neu. Gab es ja schon mal. Deswegen wird das hier erst aufgelistet. Nidoran, beide Versionen. Pummelow, Evoli mit Blumenkranz, Flurmel, Haspiror mit Blumenkranz, Skobble. Alles davon kann auch Shiny sein. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Scharnera mit Blumenkranz. Oder eben Toggetik mit Blumenkranz. Toggetik würde die meisten auf jeden Fall freuen. In den Eiern wird es wieder Pichu mit Blumenkranz geben. Fluveluf, Azuril, Mamfaxo. Wird immer noch nicht als Shiny eingeführt. Vonera mit Blumenkranz, was auch noch das seltenste mit ist. Toggetik mit Blumenkranz und Ovai. Und dann haben wir Kling, Plim und Riolu. Wer noch kein Riolu hat, jetzt also auch dann wieder die Möglichkeit, in zwei Kilometer-Eiern schön Riolu zu brüten. Oder wer sich noch so ein Vonera mit Blumenkranz holen möchte. Ansonsten wird es Zeit trotzdem, dass Mamfaxo mal als Shiny eingeführt wird. Raid-Kämpfe. Raid-Kämpfe Stufe 5, Caputoro. Uninteressant, ich weiß. Pokémon bei Feldforschungen. Evoli, Pikachu, Haspiror. Eigentlich auch uninteressant. Die gibt es ja auch so wild die ganze Zeit. Aber wer IV jagt, der wird natürlich aus den Forschungen da mehr Glück haben. Und auch Scharnera mit Blumenkranz. Dann gibt es noch eine Sammler-Herausforderung, wo ihr natürlich immer ein paar Pokémon da als Schatten sitzen habt. Und wisst, ihr müsst jedes einmal kurz fangen. Dann habt ihr das auch abgeschlossen. Kriegt dann wieder einen Counter auf eure Top-Sammler-Medaille. Und begegnet einem Toggetik mit Blumenkranz als Belohnung. Stigger wird es auch neu geben. Und ansonsten sind das erstmal so jetzt die News. Bisschen chaotisch, bisschen durcheinander. Aber ihr wisst auf jeden Fall, ihr könnt ganz viele Toggepi, Toggetik, Bonbons machen, wenn ihr Glück habt. Vielleicht endlich euer Toggepi entwickeln. Ansonsten Toggetik schön fangen. Ist auf jeden Fall ein mega geniales Pokémon. Würde ich auch sagen, dass hier der Hauptaugenmerk drauf liegen sollte auf Toggetik. Oder ansonsten, wenn ihr hier am Samstag diesen Forschungstag habt, habt ihr nochmal die Möglichkeit, wohl vermehrt Paras zu fangen. Nutzt das eben für Staub. Ansonsten, ja, für die Scheinejäger, die jetzt hier auf Kostüme abfahren. Die könnten gucken, dass sie sich dann noch was holen, was sie noch nicht haben. Oder eben aus Eiern, dass man noch ein paar seltene Kostüme bekommt. Oder eben das Riolu. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich habe eigentlich alles. Außer Toggetik und Toggekiss. Aber, ja, die gibt es ja wild auch. Da denke ich mal, wird das passen. Jetzt muss ich mir einen neuen Kopfhörer bestellen. Ich gucke jetzt Wrestling. Und wünsche euch einen schönen Abend. Und wir sehen uns trotzdem morgen. Raider Mittwoch und Raids für Zuschauer mit Voldolos. Bis dahin, Peace out for out, euer Ramses. Wie findet ihr das Frühlings-Event? Werdet ihr den Go-Kampftag nutzen? Oder habt ihr Bock auf die Forschung mit Owei? Wo ihr ganz oft Owei begegnet. Das war es von meiner Seite aus. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020